Wie schaffen wir in NRW ohne Armut? Wie können wir besser zusammenleben? Wie schaffen wir eine Wirtschaft, die die Menschen nicht ausbreitet? Wie schaffen wir eine Wirtschaft, die die Umwelt nicht zerstört? Wie schaffen wir solide Finanzen für eine gerechte Gesellschaft? Wie leben wir morgen? Wie leben wir morgen? Wie leben wir morgen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017